herzlich willkommen meine lieben zu youtubers live zurück direkt ist schon eine anfrage hier wieder reingeflattert als ich gerade eine kurze pause gemacht habe und zwar ist da nicht die jeline die vorhin irgendwie über mich eine negativbewertung geschrieben hat die blühkuh aber ich mache das mal ok super sie wird es mir nach hause schicken perfekt so ich glaube ich werde mal einmal kurz gucken einkaufen clothing shop wie geht es rüber wir haben heute nacht eine party ich bin sicher du brauchst ein bisschen spaß nein danke kann ich leider nicht schatz sie mann weg da so öffnen da ist das neue gameplay video das muss ich auf jeden fall noch raushauen neues gaming video da haben wir einmal ultra raccoon ist es ne battlefield lucky raccoon call of fury small ja 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 gameplay video starten so niedrige auflösung okay das ist okay das müsste ja eigentlich jetzt ultra raccoon war na genau vor dem 11 juli gut ich mache den jetzt erstmal für dich hier lade spiel musik intro bärm da kommt schon wieder hier oberlippenbärchen rein was machst du denn da schon wieder vor fröhliche äußerung dann haben wir ein fachlichen kommentar ja fuck hier gestohlenes video nyan cat kurz vor dem ziel wirst du erster nimm mal das da du überholst deine gegner mit leichtigkeit ey was geht was geht denn jetzt hier nyan cat nimm das mal bitte und kann ich nichts machen gut dann rennen das mal bitte das ist das outro ein auto habe ich gar nicht mal das das da dran das und das da dran jetzt habe ich noch 13 render punkte sound habe ich nicht genug aber ja leck mich da am heck ein 50 inhalt neuer rekord das ist gar nicht so übel 17 sounds immer noch kacke das gibt es doch wohl nicht geh mal ran geh mal eben pennen mausi du hast jetzt schon so lange gearbeitet heute und jetzt tust du erst mal ein bisschen essen tust du erst mal was essen genau da kannst du dir noch mal direkt was rausnehmen weil es so schön ist nimmst du dir noch mal ein oh fuck wir haben gar keinen kaffee mehr dann nimm dir mal eine limo wütende kritik aha finde eine lösung für die copyright verletzung ja leck mich doch am arsch 144 ey pfff alter gibt's doch nicht ultra raccoon gameplay ist super interessant okay 515 ich wollte doch aufrüsten lass mal eben gucken was ich denn aufrüsten kann hier cpu 4 390 alter warte mal immer bitte einen zurück ne moment mal pc world äh mikrofon gekauft blue jedi 99 und dann nehmen wir das doch mal was haben wir noch tastatur logitech tastatur die kostet 32 die kostet 50 ja nehmen wir die zwei sachen schon mal können wir den mal aufrüsten hier so ein kleines bisschen sind die sachen schon angekommen ne ne so meine abonnenten steigen meine sachen sind angekommen ah da ist noch eine angekommen super öffnen die tastatur ist auch angekommen perfekt wup wup ich bin on the road to äh dings machen wir noch mal ein neues gameplay video schnell ultra raccoon hier lucky unicorn kann ich noch mal einen aufnehmen der ist immer noch aktuell so minus 14 popschutz omni ausgabe render punkte 11 render punkte 18 render punkte 11 ok gut machen wir das mal so hau und da noch eins raus dann muss ich nachher oh wow fräulein ey mach mal nicht so einen aufstand hier äh musik intro gestohlenes video nein fröhliche äußerung professioneller kommentar für ein achievement oh yeah dann haben wir einen sarkastischen kommentar für den ladebildschirm und wir haben einen professionellen kommentar für ein easter egg singender kommentar für erstes spiel lernen wie man es spielt ich glaube wenn die leute hören wie ich singe dann äh ja verabschiedung mit kuss super wir sind ganz hingekommen perfekt sound ist zwar nicht so geil aber egal das wird jetzt richtig burnen so der obere ja elf stück haben wir acht für titel und das gib ihm 48% nur boah aber ich kriege jetzt noch ein bisschen im sound ne der sound hinkt immer noch nach okay ja mit dem sound muss ich echt mal gucken was haben wir denn jetzt wir haben den 12. Juli und am all in red am 16 all in red geh mal eben einkaufen okay ja das ist ja gleich hochgeladen klamotten kaufen muss ich gleich machen wenn der pc hey wir haben heute nacht ne party ne danke gerade nicht muss eben warten bis das hochgeladen ist weil ich gehe nämlich am warte mal wann war das all in red am 16 wenn du möchtest kannst du mitkommen äh wen kann ich denn da 120 dollar alter formale kleidung seid ihr bescheuert oder was ich kann drei leute einladen mona rouge soll ich da mal investieren ticket kaufen wen kann ich denn einladen wer war denn wer war denn gerade mit wer war denn gerade hier augustus emilia und grace ja ich muss mal eben kurz einkaufen gehen ach jetzt geht der schon wieder kaputt formale kleidung rot karate outfit für frau alter ich habe gehört dass du ein paar richtig coole spiele hast auswählen hose sport formale kleidung moment karate hose nee ich möchte gerne eine schuhe habe ich rote brillen brauche ich auch keine t-shirts habe ich hüte nee auch nicht wirklich schalte frau rot so die zwei sachen werde ich mir mal hier zulegen ich muss pennen ich vergesse mal zu schlafen jaylen wenn du nichts unternimmst um unsere freundschaft zu verbessern wird sie enden ja jaylen ey halt mal ballflach fräulein jetzt kann der ersetzen alter wie oft geht bitteschön mein pc kaputt das gibt es aber überhaupt nicht das gibt es echt nicht i don't geld jetzt bitte nochmal ein sandwich ja jaylen hat hier getüttelt ne komm ich quatsch mal kurz mit der jetzt kriegte ja die vollkrise nee bitte nochmal eine runde also du sollst nicht jetzt direkt mit der aufhören echt krass oberlimmbärtchen was machst du können wir raiden können wir nicht wenn ich chatte ne er ist schon wieder weg pfft okay ähm dann werde ich in der Zwischenzeit nochmal ein kurzes neues gaming video aufnehmen ähm die sind alle auf dem absteigenden ast kann das sein lucky unicorn das machen wir nochmal normale auflösung ja disco zieh dich um ja gleich muss noch eben kurz das video machen wütender kommentar ladebildschirm mit hinweis kurzer kommentar dann haben wir ein du bist ein level aufgestiegen wütender kommentar ja okay du hast den kill gemacht den letzten kill vor allen dingen sound habe ich noch gar nichts ey wie kacke ist das denn normales spiel lustiger kommentar passt zwar nicht oh man ey spiele tutorial unlustiger kommentar einfache verabschiedung boah wie doof naja gut das hauen wir aber trotzdem raus und dann müssen wir uns einmal zur disco begeben so ähm hau mal raus hier den kack ich hau die jetzt einfach mal alle dran und rendere mal 41% lucky unicorn nachbearbeitung neuer rekord wow ja nur 17 hochladen wir laden es trotzdem hoch wir gehen jetzt mal in die disco ähm denk dran dass du dich umziehen musst formale kleidung und rot formale kleidung und rot ja das ist aber kacke t-shirt rot so zum event gehen ja tschüss oberlippenbärtchen was hast du oberlippenbärtchen hallo ok ich bin in rot sowas von fucking rot dass ihr es gar nicht begreifen könnt so wer ist dat silas rohan gino elisier trace grace komm wir tanzen mal eine runde mit grace wer ist er louis mckenzie profil ansehen gaming nonsen ok bitte stört mich nicht jetzt quatsch schon mit mir wenn du dich nicht um deine freundschaften kümmerst wirst du niemals jemanden finden mit dem du zusammenarbeiten kannst noch viel unwahrscheinlicher eine beziehung was bringst du mir denn jetzt hier für ratschläge fräulein ich glaube dass cyborg tricycle eines der besten spiele momentan ist will die mir hier ratschläge geben oder was ich bin kurz vor 50.000 abonnenten tanz mal noch mal eine runde mit ihr ja ich habe asian tricycle vor ein paar tagen angespielt und du liebe güte kein wunder dass du es dass es sich nicht verkauft hat ok ist kacke oder was das game echt jetzt ok mckenzie muss ich mir echt mal auf verhalte halten in anbetracht der menge deiner videos hast du viele abonnenten ok mode 20 rang 23 lila quatsch mal mit ihr ein bisschen honey hat einen fehler mit der psp begangen ok warum das erklär mir das ok aha hast du die hast du die pc noch nicht gekauft worauf wartest du eigentlich äh ja moment mal wir können uns jetzt bekannte nennen ok was für eine schande asian tricycle sah so vielversprechend aus ok tanz mal mit ihr noch mal eine runde geht das auch noch mal ein bisschen hoch so wen haben wir denn hier noch kochen alter kochen trace hat gar nix was ist hier mit ihm profil er hat auch nix was hängt denn hier noch für einer mit rum emilia oh halt hallo das augustus mode 19 mit dem quatschen auch noch mal eben ein bisschen mit louis weil ich bin ja hier die social mhm perfect dating ist ein tolles spiel aber mittlerweile ein bisschen veraltet das ist genug ich gehe jetzt oh halt nee warte mal furk oh fuck konnt ich mit louis gar nicht zu ende quaken ok einmal schlafen gehen bitte hallöchen bist du rübe ich habe gehört dass du ganz gut videos machst ja bin ich würdest du ein gameplay video von psycho carnaval für honey psp machen honey psp habe ich nicht ne sorry meine liebe aber das können wir mal gerade knicken ich muss mal eben gucken was kostet denn die honey psp einkaufen mal eben kurz reinschauen ne 199 ja können wir irgendwann mal drüber reden honey playstation 3 können wir irgendwann mal drüber reden ich habe ich habe eine neue karte beiläufige kritik ok gut dann würde ich sagen werden wir noch mal kurz hier ein video aufnehmen was haben wir denn hier noch lucky unicorn können wir noch mal eins raushauen das ist ja dann glaube ich nicht so kacke so was haben wir denn hier coole begrüßung dann haben wir den ladebildschirm wütender kommentar sinnloser kommentar müssen wir den sound mal ein bisschen hoch pushen ein normales spiel mörderischer blick professioneller kommentar dann haben wir du hast ein achievement bekommen mörderischer blick oh yeah oh fuck ja wir nehmen mal den hier weil ich brauche ein bisschen im sound du hast den letzten kill gemacht ja fuck nehmen wir den verabschiedung mit kuss hat nicht gereicht fuck ey kackjes yes 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 du verlierst abonnenten ja ja ich seh dat schon ich seh dat schon so nehmen wir ihn mal hier hin dann haben wir dich da hin dann haben wir dich da hin dann haben wir dich da hin und dich da hin renderpunkte 11 so und bitte hoch oh 24% interesse nur noch oh 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 dat ist nicht gut wo ist dein bitte bitte schön überhaupt Oberlippenbärtchen ach da kommt er ja komm mal her komm mal her hier gibt es jetzt erstmal einen kuss fräulein wollte ich schon gerade sagen jetzt küss mich wieso ist der traurig Ey! Hä? Spinnt der? Was haben wir denn hier? Chatten! Fuck, jetzt muss ich auch noch mit den Leuten quaken hier. Ich mag, was ich sage. Was ist das denn? Direkt über das reden zu können, was mir so durch den Kopf geht, ist toll. Lade einen Vlog hoch. Okay, lade einen Vlog hoch. Gut. Kann ich aber jetzt gerade nicht. Wenn der hochgeladen ist, dann werde ich kurz mal eine Runde chatten mit den Leuten. Ja. Scheiß drauf. Moment mal. Emery. Mit Emery muss ich mal kurz chatten. Weil sonst geht die mir total hier durch die Wupper. Die kleine. Und nach dem Chat gehe ich kurz pennen. Und am nächsten Tag gehe ich, glaube ich, nochmal arbeiten. Wir sind auf dem Ast nach 50.000. Das ist schon mal ganz gut. Ich müsste mit Grace auch noch mal kurz ein bisschen quatschen. Sonst ist sie nämlich auch nachher sauer. 24. Juli Konsole 25. Juli Alter World Sports Party Black Party Formale Kleidung Ticket kaufen Ja, gehen wir auch nochmal hin. Und da laden wir den Augustus mit ein. Wir laden Isabella mit ein und wir laden den Isia mit ein. Okay, am 30. und am 25. Mit Jalen kann ich auch ein bisschen quaken. Chatten 6 von 15. Hey, grüß dich. Nein, heute kann ich leider nicht zur Party. Wir sehen uns aber später noch. Mäuseken. Okay, Mackenzie. Jalen. Oh, Teresa. Isabella. Oh, fuck. Mit Isabella muss ich quatschen. Sonst geht mir nämlich hier sonst richtig steil. Und das nicht so gut. Ich bin mal gespannt, was die so Neues zu erzählen hat. 15 Stunden kann ich noch aufbleiben. Okay. Mit 8 Leuten jetzt gechattet. Du verlierst Abonnenten. Ja, ja, ich weiß. Ey, wie viele Videos soll ich denn noch aufnehmen, hallo? Und jetzt noch mal kurz mit Teresa schnacken, knacken, schnacken. Komm schon, Baby. Oh, yeah. Oder? Kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Jetzt geht das Ding schon wieder kaputt, das Scheißteil. Das kann doch nicht wahr sein. Ich nehme mal eben hier kurz ein Screenshot. Ey, es ist unglaublich reparierend. Komm mal, ja, Typ. Ich esse mal kurz was. Ess mal bitte was, während der Typ hier ist. Ich fühle mich nicht so gut, weil ich mich mit meiner Freundin gestritten habe. Ich werde ein bisschen spielen. also, wenn der das jetzt noch öfter sagt, dann werde ich den raus, dann werde ich den feuern. Mit welcher Freundin denn bitte schön, Oberlippenbärtchen? Ich bin deine Freundin, ja? Muss ich mir echt mal ein Sandwich reinknallen? Was für ein Arsch. Das kann doch wohl nicht sein. Boah. Neues Gaming-Gebiet. Jetzt bin ich echt ein bisschen angepisst hier. Die sind alle Kackjes. Battlefail. Drei. Komm, tun wir nochmal ein Battlefail-Video. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so cool ist. Aber ich habe doch mit viel mehr Leuten gequatscht. Also Musik-Intro. Ich habe ein Achievement bekommen. Dann nehme ich mal das Professionelle. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Dann machen wir einen fröhlichen Kommentar. Und hierfür machen wir Ausschnitt. Sarkastischer. Wütender Kommentar. Zeit, bevor das Spiel startet. Sarkastischer Kommentar. Zusammenfassung des Spiels. Scheiße. Können wir jetzt eigentlich nur einen machen wir mal einen Sinden. Auch wenn der nicht passt. Eine Zusammenfassung des Spiels wird angezeigt. Outro mit Logo. Bam. Super. Okidoki. Dann geht's los. Dann können wir den hier unten ranhauen. Den können wir hier ranhauen. Den können wir hier ranhauen. Den können wir hier ranhauen. Den hier ran und den hier ran. Ja, das läuft ja. 11. Und hochladen bitte. 43% Interesse. Videoqualität, Nachbearbeitung, Neurekord. Aber Sound ist immer noch auf dem absteigenden Ast. Egal, wie lang das Ding hoch. Hier, Dings ist schon wieder am Komm mal, küsst mich mal bitte. Oberlippenbärtchen. Boah, jetzt ist der schon wieder weg. Beide, das gibt's noch nicht. Gut, dann gehe ich in der Zwischenzeit noch mal kurz ein bisschen arbeiten. Es muss ja sein. Ich muss ja irgendwie Kohle reinkriegen. Läuft der eigentlich schneller? Tatsache. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, dann ist der fertig, ne? Ähm, Black Party ist heute. Formale Kleidung. Uh 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 Da werde ich ähm Formale Kleidung kann ich doch jetzt eigentlich zieh dich um Ja, kann ich doch eigentlich so hingehen oder nicht? Machen wir mal den hier. Ja, oder? Sogar keinen. Ja, gehen wir mal so zum Event, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier so zum Event gehen und, ähm, ja, mal schauen, was es da so zu berichten gibt oder an neuen Leuten kennenzulernen gibt. Ich hab mich gefreut auf euch und, äh, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und ich hoffe, ich kann euch hier so ein kleines bisschen unterhalten mit meinem Let's Play hier mit YouTubers Live. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschaui. 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 Tschaui.